Moin Moin hier ist wieder euer Robin für euch. Heute gibt es mal ein paar Impressionen von der Brücke wo ich gerade gestanden habe. Ihr könnt Fahrtrichtung von ja wo soll ich sagen vom Festland Richtung Fehmarn sehen. Einen kleinen Zusammenschnitt deswegen auch ein etwas kürzeres Video. Viel Spaß und vergesst nicht einen Daumen nach oben zu geben. HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Sehr leuk Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020